Ich begrüße alle Fans, Zuschauer und natürlich die Aktiven zum BAWAG PSK Cup 2012, präsentiert von der BAWAG PSK Versicherung. Das größte Turnier dieser Art, das es in Österreich je gegeben hat. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt nach den Qualifikationsspielen hier unser Bundeslandfinale haben und wir freuen uns, dass sehr viele Leute hier jetzt gekommen sind, auch von dem Publikum her. Es sind sehr viele Begleiter hier und man sieht, dass das einen sehr großen Anklang hat und in die Lande hinausgekommen ist und auch in die Breite gegangen ist genau das, was wir erreichen wollten von Stadt und Land hier einfach Faszination für unseren BAWAG PSK Cup zu erzeugen. Was bedeutet für Sie als Sponsor der BAWAG PSK Cup? Ja, es ist für uns natürlich so, dass es ein Familienfest sein sollte. Fußball steht natürlich im Mittelpunkt, der Sport steht im Mittelpunkt, aber rundherum darf man nicht vergessen, es gibt die Familien, es gibt die Kinder. Wir wollen da einfach für alle mitten im Leben etwas bieten und das ist eigentlich für uns das Entscheidende. Jetzt ist er da! Ich freue mich über den Stargast Ivo Vastic. Servus, grüß dich, hallo! Warum machst du hier mit beim BAWAG PSK Cup als Testimonial? Ja, warum mache ich mit? Weil ich sehr verbunden mit Fußball ist, wie es bekannt ist und ich habe auch selber gerne kleinen Fußball gespielt und bin ich auch seit fast 21 Jahren in BAWAG involviert. Alle meine Kontos sind bei BAWAG und seit 21 Jahren, seit ich nach Esterei gekommen bin, bin ich ein treuer Kunde von BAWAG. Bimbleton Rasentennis hier in Klagenfurt. Evo Vastic 119 und da kündigt Matthias Dollinger schon die 120 an. Wir suchen eigentlich das ganze Jahr über Hobby-Turniere, ob es in der Halle ist oder ob es draußen am Planfeld ist und das habe ich eigentlich Werbung gesehen, Prospekte, glaube ich, auch heimgekriegt und sowas. Da habe ich gedacht, ja, könnten wir mitspielen, probieren wir es und sind froh, dass wir mitgespielt haben. In Wirklichkeit sind wir keine Fußball-Fans, aber dadurch, dass uns das ganze Spaß macht, besonders der Riesen-Wutzler da drüben, deswegen spielen wir mit. Beim Würfel hast du drei Schüsse, du musst den Würfel runter schießen und wenn er richtig gefällt, kriegst Punkte, halt gewinnst was. Es sind Getränke, alles dabei, also rundherum Musik und so weiter. Es ist Weltklasse, sieht man es heute in diesem Turnier. Und das Kinder- und Jugendturnier beim BAWAG PSK Riesen-Wutzler in diesen Sekunden angekickt durch Ibiza-Wastis. ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.